Musik 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 Ja warte Ja Ja Was macht er denn Pfff Das Spiel verlassen Oh mein Gott Warum Warum Hehehehehe Na ich hab ihn noch weggesetzt Also voll komplett überrollt Wirklich Meist du Jesus Warte ich auch mal mitstripen Warte ich auch mal mitstripen Warte ich auch mal mitstripen Oh er vertriert Ja Er benutzt bst Er benutzt bst Er benutzt mich verarschen Ja Ich hab drei mal angeschossen Ja ich hab's bekommen Warum hab ich ihn überfahren Du schlampe Hehehe Oh guck mal Der ist hier umgebracht Der sich einfach angefangen hat ohne Grund Hä Fick dich verrecke Was ist das denn Huch Fucket Alter Wapp 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 Also auch mit BST nicht Das Minigun Wie schnell war der denn weg? Alter Ehrlich, du hast jetzt immer einen Minigun aus Ohoho der Arme NPC Alter Warum war ich hier wieder One-Shot? Das ist ja Rockstar, es läuft nicht so gut Ich hab's gesehen, alle Wow Ich werd angeschlossen vor ihm Er ist erstmal in City überfahren worden Ach da hinten dammelst du, Junge Was bist denn da hinten? Ich werd wieder überfahren, werd nochmal überfahren Ich kann mich wieder nicht umbringen Ich muss hier wegspringen So unnormal wie man beim Aim einfach nur Ach wie oft muss der ich denn? Der erste Minigun Hey, hab ich auf Ja, guck mal wie doof er ist So, wo kann man es doch jetzt? Da kann man doch Nee, nee Also, ohne BST wird er nicht Haftbombe Regeln Das wird sicher nicht Mach das Kumio Danke Ja 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 Die Bullen, die gehen dann so auf dem Sack mit ihren Schrotflinten Nett Ah, der ist ja einer zumindest Dann Haben wir endlich mal so geschossen? Ja Okay Kleinen Bullen Kopf da Alter Der erste Aua Schon wieder BST Auf einmal angeblich Auf jeden Fall Jetzt hoffen wir jetzt die Scheiß zu benutzen, Alter Mann, der Bulle Verzohr ab bei mir Ja Ich muss auch noch gut Ich hab ihn Ich hab ihn Ja, ich hab ihn Ja, ich hab ihn Loi, you're good Bruh Also, brother Vermutlich BRUV 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 Aua, ich seh'n gar nicht so unfair, Alter Ich seh'n, aber ich kann nicht treffen Ich hab mal Ja, was soll ich machen? Ich seh'n nicht, Alter Er ist zu weit weg Und mein Scheiß-Bärbel-Schicht Will ich dich nicht aktivieren Überford mich Ich will sterben Bring mich um Danke Ja, 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 weil nervig So, jetzt so So Coolio Ich kippe dich nicht Ja Ich hab ihn mit der Kitten Aber ich kippe dich durch Weil ich grad, Alter Das kippe dich Ah okay Ich hab mich mal angeteit Eeeeeeeek Echt? Ich hab nämlich auch grad mal angehittet cumpliert 16,6 Keine Munition Alter, nichts Dann geh zu Abonation, Alter Ich mach das Ich nix, ja Jawoll Scheiße Hat der gerade Marksmengen genutzt, du assi, die ganze Zeit nicht gut, naja, also zählt dazu aber, äh, die lädt ultra lang nach, wow, wo darf er überhaupt fahren, mh, super, na, durch die Wand, UFA, ach Jens, jetzt ist er up on you, ich hatte noch Manu, bevor er verlässt, ganz schnell, oh, das war meine letzte Nachricht an den, oh Gott, nein, schrotz, ein Typ lebt noch. quand then, du لكن, du kannst lieber ja, aber aus dem, du bist so auf und du, du bist so auf und du bist so großartig. Bis zum nächsten Mal.